Seit dem 11. September passieren die verrücktesten Sachen am Flughafen. Lasst es das euch nehmen. Willkommen am Samstag. Zum Flyramstag. Ja, wir reden jetzt heute über Flughafen-Geschichten. Ja, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber verrückte Sachen, die einfach durch die Sicherheitskontrolle mitgenommen wurden. Wo man halt sich denkt, warum? Und seit dem 11. September, ich kann dieses Datum einfach nicht ohne Fehler aussprechen, fange schon das Stottern an beim Gedanke, dreht sich die Welt ja eh langsamer. Echt? Ja. Warum? Passt schon. Du wolltest eine richtige Geschichte erzählen vom Flughafen, was dir immer so passiert ist. Ja, das sind wir, glaube ich, nach Tunesien geflogen und am Flughafen, da muss man sich ja anstellen, und dann da einzustecken ins Flugzeug irgendwie, und da stand dann so ein Koffer rum, oder irgendeine Tasche, oder irgendwas, und da stand dann so rum, und auf einmal kamen da so ganze Sicherheitsleute. Das ist Gott. Ja, so in der Art, da kam da so ein Typ mit so einer coolen Maschine, der da so gefahren ist, also so eine Art Roboter-Ding, der dann da so einen coolen Hebel gehabt hat, wo dann so ein Roboter gesteuert hat, der da so hingefahren ist. Bombenentschärfung, oder was? Ja, und dann so das Ding aufgemacht, weil das ja explodieren könnte, wenn man aufmacht, und dann so reingeguckt, natürlich hinten dran mit der Kamera, hat das dann gesehen, also, der Roboter hat eine Kamera oder irgend so drauf gehabt, und zwar voll klasse eigentlich, weil das dann, ja. Voll klasse, wir hätten alle tot sein können, aber das war voll klasse. Ja, nee, da war das so Spürhunde und alles, aber das war doch nur eine Tasche, da kam uns ein Opa und so, das ist meine, und dann wurde er festgenommen. Krass. Da kann ich ja meine auch gleich mal auftischen hier. Wollte ich erst später machen, aber können wir jetzt gleich machen. Festplatte in Abu Dhabi. Das klingt wie ein Kinofilm, ne? Also wir haben Zwischenlandungen in Abu Dhabi gemacht, und da musst du ja immer durch solche, du bist ja immer mit so einem Teil da so abgescannt, ne? Ja. Und das wurde bei uns halt auch gemacht, stelle ich halt so an, machen das so, sehen in meiner Tasche, in meinem Koffer, ich hatte so eine Umhängetasche, war meine Festplatte drin, meine externe, und die sah halt schon sehr verdächtig aus. Dann haben sie halt gefallen, was das ist, ne? Haben mich mit in so einen Raum genommen, meine Familie wollte mitgehen, aber, ne, ne? Wir hatten alle geladene Kalaschnikoff dabei, das war in Abu Dhabi, da ist es halt so, ne? Ja. Bin in den Raum rein, dachte, okay, jetzt ist es aus mit mir, darf ich noch ein Abschiedsvideo mal, ne? Bin da eben rein, die haben gesagt, ich soll mich bis auf die Unterhose ausziehen, musste ich mich bis auf die Unterhose ausziehen. Stand dann da, dann haben die die Festplatte aufgeschraubt, und haben gesagt, also irgendwas halt auf, auf... Arabisch? Keine Ahnung. Haben die da irgendwas gelabert, und haben dann eben die wieder zugeschraubt, und haben sie mir wieder gegeben. Die haben gedacht, das wäre eine Bombe. In Form einer Festplatte. Was die denn so aufschrauben einfach? Nein, müssen sie. Das macht ihr dann. Ja, das finde ich krass. Doch, die haben es aufgeschraubt. Die haben da drin irgendwas gesehen. Achso, okay. Die haben es aufgeschraubt, und haben dann nachgeguckt. Das ist krass, ne? Und ich stand da in den Unterhosen und hab mir gesagt, ja, gib mir meine Festplatte wieder zurück, ne? Und meine Klamotten. Das war blöd, ne? Ist dumm gelaufen. Aber wir kommen jetzt zu Sachen, da denkt man, so blöd kann eigentlich kein Mensch sein. Okay, beim ersten ist es jetzt... Beim ersten war es eher ein Versehen, schätze ich einfach mal. Und zwar ist es das hier. Das ist ein Kanonenball aus dem 18. Jahrhundert. Halt verbeult, ne? Achso, ja. Also das hat ein Taucher mitgenommen. Wie gesagt, aus dem 18. Jahrhundert ist der Ball. Und er hat das für einen Stein gehalten oder irgendwas. Wollte es halt mitnehmen, ne? Als Souvenir oder irgendwas. Und bei der Kontrolle hat sich herausgestellt, dass es ein Kanonenball war und dass das ganze Teil auch noch explosiv sein könnte. Wegen dem Schwarzpulte und alles, was da drin ist. Oder dran war. Äh... Passiert halt, ne? Passiert halt. Wenn man einen Kanonenball mit. Gut. So, zum nächsten. Dann muss ich glaube ich ein bisschen weiterscrollen. Ja, ne Bazooka-Rakete. Ja, schön. Äh... Die wurde im Koffer gefunden. Hä? Die müssen dann schon ein bisschen da... Ja, ne, warum? Warum vor allem? Warum? Ja, das kann man... An dem Flugzeug bei der Haune. Ich versteh's nicht. Ja, das ist mal das Lieferzoo. Oh, das... Ja, hab ich überall gesucht. Ja. Was sagt man, wenn sowas... Hä? Raff ich einfach nicht. Raff ich einfach nicht. So. Schau ich mal. Ein Messer an einer Gehhilfe. Dran... Montiert. Geschraubt, dran montiert. Was auch immer. Krass. Der Opa, ne? Killer-Opa. Der Opa. Dann zieht der das Messer mit. Spudderscheid-Messer und dann ritzt sie auf. Das nimmt er wahrscheinlich nur, damit er seine Brötchen schmägen kann. Aber... Bestimmst du einem halt nicht glauben, ne? So. Killer-Opa. Gerne Wegelchen. Das sind immer die Leute, mit denen man nicht rechnet, ne? Immer die Leute. So, Flo tritt seinen Rucksack. Warum auch immer. Wie gesagt, ich muss hier ne... Ich muss hier ne Kamera aufstellen. Unbedingt. So. Pfff. Verstehe ich auch nicht. Morgenstern. Morgenstern, ja. Nicht Christian Morgenstern wurde gefangen. Oder... Gefangen. Der wurde gefangen. Der wurde... Da wurde Morgenstern gefunden. Ritter machen einfach Urlaub. Ja, klar. Diese Zeitreise wahrscheinlich. Oder? Was meinst du? Ich würde Zeitreise sagen. Das war einfach aus dem 18. Jahrhundert. Der ist von sich zurückgekommen und hat sich dann gewundert, wo sein Morgenstern geblieben ist. Das finde ich cool. Das würde ich mir auch holen. Das ist echt... iPhone-Hülle mit Messer. Ja, iPhone hat ja eh niemand. Ja, aber... Android... Ja, aber das ist schon besser, ja. Android-Hülle mit Klappenmesser. Android-Hülle vor allem. Android-Smartphone... Ach, Gott. Ja, egal. Keine Ahnung. Ja, aber das hat schon was, ja. Wie, das hat schon was? Das ist Killer. Super geil. Das ist Killer. Du hast dann hier dein... und kannst dir das Brot schmieren. Mit dem Handy. Du kannst deinem Handy nehmen und werfen. Du hast einen Wurfstern drin. Schöne Handy. Aber das ist echt... Ja, stimmt. Super. Das ist natürlich jetzt das Nächste. Das ist für Frauen gedacht. Finde ich ziemlich heimwäckig, ne? Ist aber echt so. Ist aber echt so. Vor allem... Was denkt man dabei, wenn man den Kamm nimmt... Ui. Was denkt man dabei, wenn man den Kamm nimmt und weiß, dass da ein Messer drunter ist? Wie kämpft man sich da? Was ist, wenn der Kamm plötzlich in den Haaren stecken bleibt und das Messer nur noch da ist? Du kämpfst dich so, Moment, ich muss mich grad noch kämmen. Ja, aber... Stell dir vor, eine Frau wurde vergewaltigt und dann ist die halt so... Wird vergewaltigt und kämpft sich dabei. Nein. Die wurde so darauf fixiert halt. Und dann ist es halt dann vorsichtig, dass die dann das Ding halt zur Sicherheit... Okay, Frauen da draußen, habt ihr alle einen Kamm in der Handtasche? Ich glaub's nicht, oder? Die Beauty-Guys wahrscheinlich. Ich schätze mal, dass... Das übernächste, das was als... Jetzt kommt erstmal was sehr cooles. Ja, die... Batman-Wurfsterne, hallo? In dem Flugzeug. Die hätte ich auch gern. Ja, also in den Koffern wurden die gefunden. Warum die mit den... Keine Ahnung, wo da hinwolle. Wahrscheinlich nach Gotham City oder so. Ja, wahrscheinlich. Können wir jetzt den Jogger umbringen, gell? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, die sehen geil aus. Die sind echt schön. Die würde ich mir in die Wand nageln. Ja. So, da kommen wir zum nächsten. Das ist ein Lippenstift-Taser. Das haben Mädels wahrscheinlich dabei, oder? Wahrscheinlich, ja. Lippen... Also ich mein Lippen. Frag ich mal früher, warum. Ich mein Lippenstift. Lippenstift hat ja jedes Mädel dabei, oder? Natürlich. Lippen... Kamm wahrscheinlich nicht. Kamm schätze ich jetzt noch nicht. Lippenstift eher. Lippenstift eher. Und dann so ein Taser da rein. Find ich auch geil. Ist schon geil. So ein Pst. Was das für uns so geil ist, das glaub ich nicht. Ne, glaub ich nicht. Ich glaub, da bist du... Da bist du... Da bist du schade. Wenn der Fall ist heilerwisch, dann so... Kennst du das, wenn... Wie die Leute am Flughafen immer aussehen vor allem? Ne. Nein, ich mein, die ganzen Sicherheitsleute dort, die Beamten. Die sehen alle schon so aus wie so Tiere. Ja, müssen sie, ja, oder? Ja, klar. Sieht besser aus. Müssen sie. Aber... Ich hab... Immer wenn ich, ähm... An jedem Flughafen dort... Mhm. War irgendein Schwarzer dort... Mhm. Der übelst die breiten Schultern hatte. Der aussah, als würde dich mit einer Hand zerquetschen. Ja. Und der... Der steht dann immer da und hat so einen Hut auf. Die haben alle immer einen Hut auf. Ja, der Hut, das ist so... Ein Respekt-Ding. Der Hut... Das ist Respekt. Ohne den Hut hätten wir keinen Respekt vor. Der Pilot hat auch einen Respekt. Der Pilot hat auch einen Hut auf. Und Polizisten auch. Und Feuerwehrmänner auch. Alle bedeuten Leute haben einen Hut auf. Ja, das soll erkennen wahrscheinlich. Das ist klar. Nee, das ist zum Schutz. Nächste Folge hol ich mir einen Hut. Das ist eher immer zum Schutz. Ich denk mal, bestimmt bei Polizisten, warum haben die Hüte auf. Ja, das muss halt erkennen irgendwie... Ja. An der Uniform... Ja, Schutzfahrer auch. An der großen Pistole in der Hose. Erkennen wir die auch, oder? Ja. Ja, wer guckt. Ja. Sorry. Ja. Das ist geil. Hi. Ich würd sagen, ähm... Zuschauerfrage. Willst du wieder spontan was reinfallen lassen? Oder willst du mir sowas sagen? Wie findet ihr die Location hier? Ja. Das ist gut. Wie findet ihr die Location jetzt? Wurdet ihr schon mal im Flughafen untersucht? Wart ihr schon mal dabei? So wie Yves zum Beispiel. Als jemand... Äh... Als was... Ich... Wurde nicht untersucht. Wurde ja... Die Bombe wurde ja gefunden. Oder... Die Tasche wurde untersucht. Aber ich mein jetzt so Leute. Wurdet ihr schon mal gelaust? Gelaust. 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 Gelaust finde ich... Fies. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn uns das Video gefallen hat. Und abonniert uns auf Youtube. Oder sonst. Und wenn ihr mehr auf und laufen bleiben wollt, besucht uns auf Facebook. Die Link ist in der Beschreibung. Genau. Teilt uns da auch gleich auf Facebook. Ihr würdet uns damit auf jeden Fall... Helfen. Ziemlich weiterhelfen. Ziemlich weiterhelfen. Und schaltet auf jeden Fall das nächste Mal auch wieder ein. Denn... Jedes Amstag... Ist der Amstag! Geht auf! In der quando Ore Éend Europas... Ode Ludm 걸 entfened. In der amort� korrig EXigentretани okay! Da wachetern! Vielen Dank.